Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Er möchte auf die Apostel runterkommen, aber wo sind die Apostel? Irgendwo verkrochen in Jerusalem? Sie haben Angst, selber ans Kreuz genagelt zu werden? Die Apostel im Gefängnis ihres Zweifels. Traurig. Und doch, der Heilige Geist möchte kommen, auch in unsere Herzen. Wir dürfen das Gefängnis der Angst verlassen. Wir dürfen uns öffnen für eine Kirche, die wirklich diesen Geist der Nächstenliebe aufnimmt. Freuen wir uns. Mehr dazu am kommenden Wochenende in der Pfarrer Mutter Klaus in Bern. Amen. Wir dürfen uns öffnen.